Ab dem 1. Mai 2018 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Etagenwohnung liegt in Neuenstadt. Die Wohnung wurde 2018 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 99 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1060 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.